Eine rustikale Deko Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es eine rustikale Deko und zwar habe ich wieder meine Ziegelform dekoriert. Wie ihr seht, habe ich mit Steckschaum angefangen. Da drauf kommt jetzt das Moos und natürlich diese wunderschöne Amaryllis. So, da muss jetzt genügend Moos drüber, damit man diesen Steckschaum nicht sieht. Dazu kommen jetzt noch ein paar Zweige meiner japanischen Lerche aus dem Garten. So, und was passt farblich jetzt zu dieser Amaryllis? Ich habe zu Hause diese weiße Tulpen gehabt und denke, die passen farblich eigentlich ganz hübsch dazu. So, da setze ich jetzt einige dieser Tulpen rein. Das sind so die ersten Tulpen, die ich gekauft habe, die sind nicht ganz so schön. Aber gut, die Tulpenzeit, die kommt ja erst noch. Und jetzt setze ich noch ein paar Kiefernsapfen dazu. So, und ganz easy und schnell haben wir jetzt eine schöne rustikale Tischdekoration. Wie gefällt euch diese Deko? Mal farblich was ganz anderes. Wäre schön, wenn ihr in den Kommentaren eure Meinung dazu äußern würdet. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und wenn ihr mir zum Schluss noch einen Daumen hoch da lassen würdet, wäre das natürlich super. Vielleicht bis bald würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Eure Sandra